Ja, den muss er jetzt erwischt haben. Guck, jetzt kämpfen die. Sehr gut. Jetzt streife ich dich an dem auch noch ab. Ja, und jetzt macht ihr für mich den Fischblatt. Und ich werde euch meucheln. Einen von euch meuchle ich jetzt. Einfach mal angepiekst. Gut, aber die sind mir auch nicht ganz geheuer. Komm, geht einfach weg. Ihr habt da jetzt gewonnen. Und ich hole mir gleich alles aus dem Fisch raus. Nein, nicht hier hinkommen. Euer Kollege wollte mir nicht so helfen, so tatkräftig. Danke. Oh, der leuchtet auch magisch. Seht ihr das? Das wird... Ich höre da schon wieder was. Hört ihr das? Auf dem linken Ohr. Als wenn da einer atmet. Da gehen wir gleich mal gucken. Dank nochmal. Petri Heil. Halbmond Heil. Ich nehme alles mit. Tschüss. Ja. Was atmet denn hier? Da ist das eure Stadt. Aber nach so einem Rennen in der Wüste ist man nachher topfit. Habe ich gelesen. Oh nein. Hier geht es nicht weiter. Was ist das denn jetzt? Warum kann ich da nicht rüber? Achso, die sind doch gar nicht hinter mir her. Hört ihr das? Und was ist in diesem Bergkristall drin gefangen? Da ist doch was drin. Das sieht doch aus... ...wie ein Wesen. Hier ist echt... Aber das Atmen ist mir nicht geheuer. Ein bisschen gruselig. Das gruselige Atmen. Asthma-Spray für 5,99. Bei ihrem Arzt ihres Vertrauens. Empfohlen von Hansi... ...Kleuten. Boah. Da ist schon wieder so ein Fisch. Da will ich aber nicht hin. Ich will auch nicht nach Süden. Doch, Süden müssen wir, ne? Falsch. So. Wir sind jetzt sehr nach Norden abgewandert. Sind wir etwa da oben bei dem Schiff lang? Alter, wir hatten... Oh. Dass wir hier raus sind und hier hoch. Und jetzt hier. Und hier ist die Schlucht. Und hier ist die Brücke. Ja, ich sehe schon. Wir waren Ruinen von Alt-Levant. Da sind wir gerade. Steintitanen. Da sind wir rumgerannt. Und vor dem Highweg. Und eigentlich müssen wir hier unten hin. Wir müssen uns eigentlich jetzt nördlich halten. Gut, danke. Ich habe einen Überblick. Südlich ist... Nein, südlich müssen wir uns halten. Mann. Entschuldigung. Äh... Die Richtung ist... Oh, die Musik ist... Ja. Wo ist der Gitarrenspieler? Den wollte ich eigentlich lauschen. Aber das ist... Da ist wieder so einer. Zwei. Es werden nicht weniger. Warum auch? Aber hoffentlich sind die da jetzt am Poppen. Dann wären das mehr, ne? Aber hier fällt man bestimmt runter. Ich schleiche mich mal hier so vorsichtig lang. Ja. Und... Rennen wir gehen Süden. Zum Zelt zurück. Mann, ist das immer spannend. Und... Wir sind übergeladen. Ich weiß, mit dem Zelt wird das nicht besser werden. Was ist da hinten? Das ist ein Busch. Oh, das hat eine Kiste. Wer zieht so... Ja. Das hat den Hals. Ähm. Ach hier, die Toten. Oh, 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 oh. Das ist nicht... Das ist... Kein gutes Zeichen. Ist das hier... Das die... Oh, Höhlen schon? Nee, das war Höhlen. Oh, Oasen der Nomaden. Hm. Irgendwas ist das da. Ich brauch keine Lust zu fragen. Es war hier so ein Fisch an der Backe. Aber die Musik ist endlich mal entspannt. Da weiß man, man wird nicht verfolgt. Das ist irgendeine Ruine hier. Aber ich will da nicht rein. Das ist nie gut. Nur mal gucken. Und Ausdauer. Da hängt schon wieder Rotz in der Ecke. Ist da was Lebendiges? Äh. Okay. Oder war das hier, wo mein Zelt liegen geblieben ist? Das war doch auch so eine Ruine. Müsste ich jetzt nur hier quer durchgehen? Nee, das ist wieder nördlich. Ich will ein bisschen südlich. Gehen wir nach Süden. Und jetzt die Musik vorbei. Hm. Was hört man? Ich hör doch da was. Das klingt wie ein entferntes Radio. Und als wenn einer atmet. Warum atmet denn da einer? Und hier ist der Übergang zum Wald. Oh, dann sind wir richtig. Hier sind wir angekommen. Ach, guck. Dann ist das die Oase. Dann sind es die Nomaden-Oase. Und wir müssen hier lang. Ich bin dann ja hier geradeaus raus. Aber das ist doch nicht die Stelle, wo ich... Oder etwa doch? Nee, das war doch anders. Warum ist das jetzt so verdächtig still? Das beunruhigt mich auch ein bisschen jetzt. Hier liegen nur die toten Viechers. Der Kringelmond. Ein Teilchen. Wie nennt man zwei Physiker, die sich Gebäck zuwerfen? Teilchen beschleuniger. Boah, ist der alt. Hört ihr das rascheln? Soll mich das beruhigen? Ich glaube, wir finden unser Zelt nie wieder. Wir müssen nämlich die Stelle wieder finden. Und ich hatte das abgebaut. Und jetzt ist das da liegen geblieben. Aber hier, obwohl doch, das waren diese... Diese Feuerviecher, das mich am Anfang direkt verfolgt hat. Ich glaube, da sind wir hergekommen. Dass da noch ein Eingang zum Wald ist. Und dann sind wir da hochgelaufen, oder? Das sieht mir so bekannt aus. Sag doch mal. Sag doch mal in die Kommentare. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare. Oder lasst einen Daumen da, wenn ihr denkt, ich soll hier hochgehen. Eigentlich geht mir das immer total auf die Nerven. Wenn Leute das im YouTube... Und abonniert und abonniert. Oh, da guck, da ist der Typ. Hallo, Freund. Freund Nase. Ich weiß, jetzt wirst du mit Feuer, ne? Ja, dich kennen wir. Wir sind hier aber richtig. Das ist ein gutes Zeichen. Ich wollte sagen, das nervt mich eigentlich. Diese Call to Action. Wie das ja so schön heißt. Geht mir so auf den Senkel. Und die Bimmel drücken. Warum die Bimmel drücken? Die Bimmel... Entscheide ich, wann ich die drücke. Wenn ich wirklich was... Nichts verpassen will. Auf die Minute, genau. Ansonsten lasse ich die Bimmel aus. Dann gucke ich manuell in den Abos nach, ob was Neues da ist. Oder im Kanal von dem Kollegen. Aber alle wollen so... Ja, abonnieren, Bimmeln und so. Nee. Nee. Einfach nee. Können wir dann tun. Ah, seht ihr? In der Nacht wird's doch kühler. Weißt du nicht? Ich bin nackig gelaufen und fast verreckt. Ja gut, vielleicht hatte ich einen Sonnenbrand. Aber jetzt mit den Klamotten... Jetzt hier, hier. Das ist windig. Oder so schöner. Mit Sternenhimmel. Und Hansi guckt in die Kamera. Nee. Hässlich. Und ihm brennt der Arsch. So. Muss man ja auch machen. Seid ihr auch Leute, die Screenshots in Spielen machen? Einfach nur so. Zur Erinnerung. Ich glaub, das macht jeder, oder? Also ich mach das. So viele Screenshots. Die wird keiner sehen. Aber ich stöber da so einmal... im halben Jahr mal durch. Löschen ein paar. Verfreue mich an der Zeit. Doch, hier sind wir runtergelaufen. Doch, hier ist unsere Zeit. Hier ist die Leuchteshow. Ja. Und es ist wieder dunkel. Das ist kein gutes Zeichen. Aber wir müssen nicht schlafen. Nur unsere Ausdauer ist im Eimer. Und wir müssten eigentlich Tiere töten. Aber dann laufen wir schon mal Richtung Stadt. Oh, da steht's noch. Es steht noch. Oh, fährt mir ein Stein vom Herzen. Um's zu zerlegen. Packt auch automatisch ein. Gut. Jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt hier durch? Dann sind wir jetzt... Sind wir jetzt hier rumgegangen? Riesiger Schwarm. Ach so. Das ist... Das sind... Das sind Nester. Deswegen rauscht das auch so. Lieber... Nö, ist auch schlau hier zu schlafen. Gehen wir mal lieber weiter. Riesiger Schwarm. Hm. Toll. Man ist ja auch nicht immer ortskundig, ne? War ein schöner, frischer Wind weht hier gerade. Und guckt euch das an. Und ein ganz klarer Himmel. Wenn der Hansi da jetzt mal aus dem Weg gehen könnte, dann könnte man auch schöne Ego-Perspektive-Welt schön zum Bilder machen. Also der Sternenhimmel... Ich weiß nicht. Ich glaub, in der Aufnahme kann das sein, dass das ein bisschen verwaschen ist. Aber es ist... Das haben sie... Da haben sie... Oh, das haben sie schön gemacht. Also so viel Glitzersterne. Nicht so... Also richtig mit Mühe. Und die glitzern auch. Das ist schon... Finde ich gut. Finde ich wirklich schön. Gut. Zurück zur Stadt. Richtung Osten, ne? Wird immer windiger, hab ich das Gefühl. Oh, 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 oh. Das sieht so aus. Jetzt wollen wir da... Ich pass... Ich hab ja gelernt, aus zwei, drei Mal irgendwo runterfallen, dass man da sterben tut. Beziehungsweise dann kommt... Dann kommt die Jägerin. Auch nicht verkehrt. Was habt ihr denn hier für eine Party? Mal schleichen wir uns mal hin. Was ist denn hier los? Das sieht nicht gesund aus. Das sieht aus wie so ein Wesen. Und noch ein... Und ein Zwei. Es hat sich geteilt. Mach zwei draus. Und noch ein Drittes. Das ist... Ach, das ist wie die Gazellen. Nur die brennen in der Wüste. Ne, das sieht schlimmer aus. Das sieht aus wie so fliegende Menschen. Wie heißen die noch? Bei Skyrim hab ich die doch gesehen. Äh... Konnte man beschwören auch. Sag doch mal einer. Nur sag doch mal einer. Sag doch mal was. Trau dich. in die Kommentare, hä? Wie heißen die Feuerwesen da nochmal, die man beschwören kann? Ähm... Ich komm nicht drauf. Ich komm wirklich nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Kommst du drauf? Google doch mal für mich. Tu mal was für mich. Ich kann grad nicht. Ich spiele. Das sind wieder Käfer. Haben die einen Ungeziefer hier in der Wüste? Aber es sind ja immer diese... Wie heißen die noch? Die die Kacke zusammenrollen. So Bällchen machen. Mistkäfer. Die gibt's in der Wüste. Die sind lustig. Da gibt's auch diesen Tierfilm, den, glaub ich, jeder in der Schule gesehen hat mit dem besoffenen Affen am Baum, ne? Das war auch in der Wüste, ne? Da ist dann so ein Baum und dann fallen die... Ich weiß gar nicht. Die Früchte sind keine Äpfel, aber... Irgendwie so... Äh, äh... Mangos. 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 Fallen da runter und dann verfaulen die ja schon und dann essen die da ganz viel von und dann werden die besoffen. Dann hast du besoffene Elefanten. Das ist total lustig. Ja, haben wir ja gesagt. Nee, aber wirklich. Ist lustig. Kann man den Kindern zeigen. Direkt mal so... So, Kinder. Alkohol macht Spaß. Seid aufs Leben vorbereitet. Also. Immer den Rüssel raus. Ab ins faule Obst. Ja. Jetzt friere ich langsam. Bitte. Guck, ich hab's ja gesagt. Aber unsere Klamotten... Nein. Wo? Wo ist hier? Ich will mal kurz gucken. Wärmen die uns auf? Warte mal. Haben wir nicht so eine Gesamttabelle? Oder zeigt er mir nur, was ich angewiesen habe? Ah, nee. Verteidigung. Diverses. Minus 39 was? Was bedeutet das denn? 15% Erkan. Minus 8 irgendwas. 3% auf Wärme. Ich könnte die warmen Schuhe anziehen. Aber in der Wüste werden wir nicht abstieren. Aber warte ab. Nachher schneit das hier auch. Die haben das Video auch gesehen. Oder die Nachrichten gehört. Das ist nämlich ein paar Jahre her. Das hat in der Wüste geschneitert. Unglaublich. Aber möglich. Nicht... Klar. Nachts. Und wenn dann die Konstellation... Hier können wir mal einen Geologen fragen. Kann man einmal hier Geologe zuschauen, bitte? Und mal erklären, wie das... Also ich habe nur so eine leise Ahnung, wie das passieren kann. Das dann halt, ne? Das muss ja erstmal Wasser hier oben. Wolken. Müssen ja da sein. Und dann müssen die ausfällen. Ne? Also sich zu Tropfen bilden. Und dann ganz schnell muss das so kalt sein, damit die zu Schnee werden. Zu Flöckchen. Und dann sind die bei Twitter. Und blocken einen. Und ähm... Ne, nicht Geologen. Habe ich Geologe gesagt? Quatsch. Metriologe. Der Geologe kann uns sagen, ihr lauft gerade auf Sand. Ja, spannend. Metriologe meine ich. Entschuldigung, werte Zunft. Wetterfrosch. Wie entsteht theoretisch Schnee in der Wüste? Und ich denke, es wird nachts passieren, weil es so kalt ist. Wenn das dann so reinströmt durch den Hochdruck, Tiefdruck... Was strömt eigentlich wohin? Hoch zu tief oder tief zu Hochdruckgebiet? Niveau hoher Druck ist. Und wenn du einen Tiefendruck hast, dann müsste es ja darüber strömen, oder nicht? Warum Druckausgleich? Ist das logisch? Schreibt mal ja oder nein. Irgendwohin. Ihr kennt das Spiel. Ihr wisst doch, wie YouTube funktioniert. Und wenn nicht, dann... Fragt mich doch mal in den Kommentaren. Dann erkläre ich es euch. Es macht aber auch Spaß, dieses Call to Action. Abonnieren nicht vergessen. Däumchen. Aber nur, wenn es euch gefällt. Wirklich. Und Däumchen runter bringt gar nichts. Ich höre nicht auf. Dafür macht mir das hier viel zu viel Spaß. Aber das ist hier richtig, oder? Boah, ist der Weg weit. Ist das weit. Aber wir haben das selbst. Jetzt können wir erstmal in der Stadt in Ruhe pennen. Das ist schon mal gut. Knallen wir uns ins Abendviertel. Die Leute gefallen mir irgendwie doch. Ich hatte erst Angst. So Abendviertel hat man ja direkt immer Vorurteile. Und, ähm... Aber nee. Die Stadt ist, glaube ich, ganz cool. Also... Mit den... Mit den... Mit der Freizügigkeit, nenne ich es mal. Ganz lapidar und... Gut, aber wenn man es so bedenkt, mit den Armen gehen sie nicht gut um. Äh... Na ja. Sollen halt arbeiten gehen. Gesocks. Gut. Ähm... Wir wollten eigentlich Kohle machen. Na, wir müssen jetzt erstmal pennen. Und jetzt sparen wir uns Kohle, weil wir ein Zelt haben. Da schwitzen wir uns bestimmt im Tod. Aber doch, ich hatte am Ende... Ich hätte doch gern das Tarnzelt. Also Luxuszelt nicht. Aber das Tarnzelt wäre, glaube ich, schon sehr, sehr geil. Oh Gott. So viel, was wir jetzt noch haben brauchen. Das heißt Kohle, Kohle, Kohle. Das heißt, wir müssen ganz viele Kisten ausräubern. Und wenn die die nicht auffüllen, einmal... Einmal am Tag, habe ich ein Problem. Was die aber machen sollten, fände ich... Fände ich nur fair. Sonst habe ich ja nichts zu tun. Okay. Erstmal eine Runde. Mitten, schön, mittig, zack. Hallo. Wir gehen wieder in der Stadt. Ihr könnt... Könnt mich besuchen. Ah. Genau, jetzt wollte ich gucken. Da ist noch dunkel. Und hier müsste dann der Tag anbrechen. Da ist der Flötenspieler. Da ist er. Da ist es 2 Netsam.